Trader Workstation Kurz und knapp Erklärt Das Ganze funktioniert in ähnlicher Art und Weise auch, wenn Sie ein Firmenkonto haben, allerdings sind da die Abo Gebühren etwas teurer. Wenn Sie keine Marktdaten abonniert haben, dann sieht das Ganze so aus wie hier. Das heißt, Sie haben dann die entsprechenden Button, wo steht abonnieren oder verzögert. Wenn Sie jetzt hier auf verzögert klicken, dann werden Ihnen die Daten etwas zeitverzögert hineingeladen. Sie erkennen das immer daran, dass wenn Sie während der Börsenhandelszeiten diese Daten nur in einem grauen Farbton unterlegt haben, dass es dann keine Realtime Daten sind. Möchten Sie jetzt diese Realtime Daten abonnieren, machen Sie folgendes. Sie gehen oben auf Konto und gehen dann hier auf Konto Verwaltungsstartseite. Klicken Sie einfach an und dann öffnet sich in Ihrem Internetbrowser der Login zu Ihrer TWS. Das hier ist ein Konto, was bei CapTrader geführt wird. Das wäre jetzt aber genau das Gleiche, wenn Sie das direkt bei Interactive Brokers hätten oder beispielsweise bei Links Broker. Wenn Sie jetzt die Marktdaten abonnieren möchten, gehen Sie auf Konto verwalten, Handelskonfiguration und dann finden Sie als zweiten Punkt hier Marktdaten. Sie klicken das Ganze einfach an und es öffnet sich ein Feld. In diesem Feld können Sie dann auswählen, welche Marktdaten Sie abonnieren möchten. Da wir ja meistens Aktien und Optionen aus den USA handeln, gehen wir als erstes hier nach Nordamerika und Sie sehen, ich habe jetzt hier schon einige Dinge bei mir abonniert und das Wichtigste, was Sie für den Handel von Aktienoptionen, Future Optionen benötigen, ist das sogenannte US Value Bundle. Wenn Sie mit der Maus da rauf gehen, dann sehen Sie, was hier enthalten ist und zwar, ich scrolle noch ein klein wenig nach unten, noch ein wenig, so und da sehen Sie hier, ich lese das kurz vor, eine Alternative für den besten Geldbriefkurs, die aggregierte Kursnotierungstrendaktionsvolumen und optionale Marktdienfinformation für alle vier US-Aktienauftragsbücher der BATS, BYX, Edge, Edgea bietet. Das enthält den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 sowie Top of the Book Globex Notierung für Seaboard, CME, COMEX und NYMEX. Und für die meisten unter uns genügt dieses Abo vollkommen. Hier ist ein sogenannter Wafer und Wafer bedeutet, das kostet 10 Dollar im Monat. Es sei denn, Sie generieren mehr als 30 Dollar Commissions, dann werden Ihnen diese 10 Dollar erstattet. Das heißt, dann müssen Sie sie gar nicht bezahlen. Sie sehen das dann auf Ihrem Kontoauszug, das wird abgebucht und sofort wieder zurückgebucht. Es gibt dann hier noch dieses Value Bundle Plus, das kostet 5 Dollar und dann haben Sie noch die Markttiefe drin für die CME, COMEX und NYMEX. Ich glaube, das können Sie sich allerdings schenken. Sie können dann hier unten noch mehrere Varianten wählen. Ich habe noch dazu genommen und das sollten Sie auch tun, hier unten die US-Options. Und das ist vor allen Dingen wichtig, wenn Sie Aktienoptionen handeln, weil Sie dann einfach an diesem National Best Bid Offer Programm teilnehmen können. Das heißt, er zeigt Ihnen dann die Optionspreise an mehreren verschiedenen Aktienbörsen. Auch das wieder ein Wafer. Das heißt also, kostet 1,50 Dollar im Monat. Es sei denn, Sie erzielen mindestens 20 Dollar Commissions, dann bekommen Sie das ersetzt. Alles andere ist für den Handel hier nicht notwendig. Wenn Sie an der Eurex handeln wollen, dann müssen Sie hier auf Europa gehen und dann könnten Sie hier zum Beispiel das entsprechend aussuchen. Also hier zum Beispiel German, sehen Sie hier, German Eurex Steroids kostet 12 Euro für den Privatmann. Und wenn Sie irgendetwas nicht wissen, was es genau bedeutet, einfach wenn Sie mit der Maus darauf gehen, dann sagt er Ihnen, was Sie machen müssen. Da ich in dem Konto jetzt hier keine Eurex Optionen handele, habe ich das auch nicht angekreuzt und spare mir also das Geld. Bedenken Sie bitte immer, alles was Sie abonnieren, sind Kosten. Halten Sie da Ihre Abos wirklich so, dass Sie nur das Notwendigste abonnieren und nicht irgendwelche Dinge abonnieren, die Sie gar nicht benötigen. Das war es für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin Ihnen alles Gute. Ciao, servus, auf Wiederschauen. Bis dahin Ihnen alles Gute.